Scheiße. Herr Polizist, es war schön mit Ihnen. Sie sind aber ganz, Sie sind ganz schön rassistisch, ne? Wir haben hier... AAAAH! Ey, ey ist leicht, ist leicht. Ich darf den Absprung nicht verpassen. Sprick, 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 sprick. Ja, 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 wir übernehmen es, wir schaffen das, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja, 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 ja. AAH! 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 Okay, was... AAH! AAH! So, Mr. Chip, Sie sehen jetzt vorläufig unser neues Haustier. Ab in den Brawler damit, ab in den Brawler mit dem Abschaum. Weiter. Laufschlappe. Mr. Chip. So, jetzt fahren wir zum Kupferhändler, lassen uns ja wallern und dann schießen die unseren Schützen raus. Wir geben uns und der Schütze nicht. Ja, genau, genau. Den Schützen lassen wir so in der Karre drin. Jeder Fall. Er hat Waffe geschrumpft. Mann. Warum ist meine Waffe aber so klein? Wemft ihr an mit Rollen? Was haben Sie mit Ihrem Auge? Wart. Das Rohr ist rausgefallen. Das ist die Qualität der Kopfwaffen. Drückst der A. Drückst der A. Also, wenn Sie so etwas sagen, dann müssen Sie schon Ihren vorgesetzten Mr. Kaufhaken. Oh, oh, oh. War das eine Granate? Ja, das war eine Flasch. Überfall. Aber wie sieht das aus? Wollen Sie jetzt ein Wettbewerb bezahlen, oder müssen wir für Sie zahlen? Genau. Müssen wir für Sie zahlen, dass Sie uns wieder in Ruhe lassen, oder? Okay, alles klar. Das ist in dir. Die APDS kriegen wir aber, oder? Aber was heißt denn, kriegen wir erst unser Haustier? Herr Hunter. Herr Hunter. Ja? Ich glaube, wir müssen da mal ein ernsthaftes Gespräch im TeamSpeak-Channel über Ihre Event-Identität führen. Ich habe keine Event-Identität. Wollen Sie mich verarschen? Ja. Ich habe keine. Abgelehnt. Was ist? Ja, gerade so zu James. Da müssen wir mal über TeamSpeak-Identität reden. James, ich habe keine. Und da ist es, Sie haben doch einer. Hallo, einmal sofort stehen bleiben. Also ich weiß nicht, was passiert, oder? Verwaltung, James! Verwaltung, James! Das geht jetzt auch, Raketenwerfer kommt. Das Fahrzeug ist auch nicht illegal. Und? Ach ja, Herr Mr.Polizier. Ja, stimmt, das darf nicht gespreckt werden. Wenn wir hier überfallen werden. Sie gehören natürlich ab sofort zu uns. Das heißt, Sie müssen sich auch werden. Lassen Sie uns einen Diktator in Ruhe. Okay. Sind ja also ab sofort einer von uns. Also die anderen sind mindestens dazu, ja? Wenn das Ihr Befehl ist? Sagen Sie am besten noch, sonst bringen Sie mich um. Genau. Dann muss ich das ja machen. Sonst bringen Sie mich um. Wir müssen es gleich nur so machen. Wir setzen dich hinten drauf. Und dann holst du noch eine Raketenwerfer schnell bei deinem Lowdown. Ja, wir haben einen Admin als Garten. Oh, die sind eh zu blöd. Oh, Saja, fängt jetzt an zu schießen. Zu blöd, Saja. Da kommt noch welche. Da kommt noch welche. Warte mal. Nein! Ey, nein, nein! Sie haben mich zwar gefesselt, aber sie haben mich an meine Waffe gefesselt. Was für eine Waffe denn? Ja, ja. Die, die mal eben schrumpft hier. Schrumpfkanone. Also ich hatte, dass der nächste Schuss ein Treffer ist, ja? Und nicht nur so ein Wallbang hier. Ich weiß, Polizisten sind dafür bekannt zu Wallbanken, aber der Wallbang ist einfach nun wirklich nicht nach einem Treffer. Der nächste wird ein klapper Headshot. Ja, jetzt, 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 jetzt! Da sind sie! Warum schießen sie denn nicht? Ich darf nicht schießen, das sind meine Kollegen. Sie sind ab sofort einer von uns! Ey, Lenz, druck mal schnell was aus. Sie sind einer von uns, sagen sie dir Bescheid! Die werden doch nicht ihren eigenen Kollegen abknallen. So doof sind die doch auch nicht. Echt? Nicht, nee, das hab ich mich auch gefragt, dass sie bestätigen, dass sie jetzt mal hier. Bin ich nackt, Thomas? Aber ich mein, das, das hab ich auch noch selten gesehen, dass jemand im Schützenssitz mit der Lückt Hilfe schreit und die Cops einem helfen. Lenz, wir halten, wir halten gleich an, dann sagst du den Cops, das ist ein KG zwischen Rebellen, weil wir Rebellen unten drin haben. Fahr mal weiter. Alles klar, du musst aber dann auch aufmachen. Da kommt mein Kollege. Sie halten ihre Klappe! Tschüss. Das sind drei Parts, die sind der Chains. Gibt's ja nicht hier. Ich hab Freunde. Sie haben keine Freunde. Ich hab auch hohe Freunde hier. Das ist ein KG, ich bin drin bei. Das ist ein KG. Ich bin drin bei. Das ist offiziell frei. Ich hab auch was wie es mal aufmachen. Wir wollen befohlen zu schießen. Wir machen jetzt den, wir machen jetzt den Sprung einfach in der S-Kurve und dann werden die alle sterben. Aber wir doch auch! Nein, wir nicht. Ich kann den. Ich sag mir, wir machen alle schon mal auf meinen Rucksack. Ah, doof gelaufen. Doof gelaufen, Herr Polizist. Ich mag meine Lymphs nehmen im Rucksack. Ja, ich hoffe, dass noch Platz neben dem Gerät. Scheiße, das sind ja drei Stück. Fahr rechts! Scheiße. Herr Polizist, das war schön mit Ihnen. Sie sind aber ganz, Sie sind ganz schön rassistisch, ne? Wir haben hier... Ah! Ah! Ey, 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 ist leicht, ist leicht. Ich darf den Absprung nicht verpassen. Sprick, 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 sprick. Ja, okay, okay, wir übernehmen es, wir schaffen das, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, warte. An die Topf die erste Verfolgung? war das nicht voll so hey der nimmt mich fest warum nimmt sie mich fest ich trau den kopf zu lassen meine stimmbänder eine zeichensprache jaja ihre handschellen haben noch geklickt und sie haben versucht James hast du überhaupt schon mal ins Blatt ne ne alles gut ich hab nicht versucht alles gut ja dann haben sie mich sehr beschissen das hat sich mitnehmen au naja wie auch immer ja ne ne so ja von und zu ja unseren Hauptkommissar festnehmen und klauen nein da hat sich uns freiwillig angeschlossen ähm also ja sicher er hat gesagt er gehört ab sofort zu uns das fehlt es ist eine Familie ja das eine schwierige wäre dabei ja das überprüfen wir aber mal würde ich sagen ja 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 das war gerade das Manko was wir letztes Mal wo ein Problem hatten wir haben nie brauchen ja 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 das war gerade das Manko was wir letztes Mal wo ein Problem hatten ja wir brauchen wir auch nicht ne wir müssen gerade immer wieder Fälle wo wir die davor haben ne wir müssen gerade immer wieder Fälle wo wir die davor haben so ne 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 äh äh das ist Thomas denn ist wohl ein ziemlicher Fangore von der Polizei ja kippt ihr Namen am Ryan gib jetzt aus ich hab nur aus deiner Liste übernommen ähm wir haben ihn gefunden nichts zu ändern wie du Mann Scheiße ja zur Meldung wir haben ihn gefunden we bleiben oder wir oh wir haben ihn gefunden weil du gerade den Officer Spalte reingeschoben hast ja hab ihn zurückgemufft ich mach da nichts du machst das äh du kannst einfach du kopierst einfach mit strgc strgv bleiben sie stehen und dann fügst du einfach rein sie sind um c gehüllt culture so und dann ändere ich die Farbe eben wieder hey schnell bleiben Polizei schau aber dann müsste er bei der Liste dann auch sofort geändert werden ich bin niemand die sind festgenommen dann gehst du einfach hier wo ist er Thomas Brooks traf ц ach so rechts sieh das da ah ... ich das war nicht ich also James guck mal bei der Mitgliederliste bei dir und bei Einträge steht jetzt noch eine Null da oder? bei Mitgliederliste bei meiner neuen Liste steht jetzt noch Null da ich kann mich nicht bewegen Einträge was steht denn? so warte jetzt wartet er kurz und jetzt? Hallo nochmal Freire Alten Moin Einer